Herzlich Willkommen zur Online-Vorlesung zum Thema unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen gemäß § 248b StGB. Schauen wir uns also kurz einmal an, was § 248b StGB bestrafen will. Denn hiernach wird bestraft die vorübergehende eigenmächtige Benutzung des Fahrzeugs unter zeitweiliger Brechung fremden Gewahrsams zur selbstständigen Fahrt. Ihr merkt also hier, wie wichtig diese Wörter vorübergehend und zeitweilig sind. Denn ihr merkt anhand der Begrifflichkeiten Brechung fremden Gewahrsams, man könnte hier auch an eine Wegnahme denken, denn oftmals handelt es sich auch um eine Wegnahme und wir wären gegebenenfalls in § 242 StGB nämlich beim Diebstahl. Aber beim Diebstahl hatten wir gesagt, bei der Zueignungsabsicht benötigen wir als eine Komponente auch den Enteignungswillen. Und dieser setzt ja voraus, dass der Berechtigte dauerhaft nicht mehr in den Besitz kommen soll. Und hier geht es eben darum, wenn der Täter zum Beispiel einen Rückführungswillen hat und es bei dem Opfer direkt vor die Tür wieder erstellt, das Fahrzeug. Dann können wir keinen Enteignungswillen begründen, wir haben also keinen Diebstahl und dann wären wir bei § 248b StGB. Die Details schauen wir uns gleich noch einmal an. Geschützt ist das Recht der Herrschaftsausübung. Also hier wird bestraft, die bloße Gebrauchsanmaßung durch den Täter. Es handelt sich nämlich hier um eine spezielle Norm, die eine unbefugte Ingebrauchnahme von Kfz und Fahrrädern unter Strafe stellt. Denn eine normale Wegnahme zum bloßen Gebrauch ist in der Regel nicht strafbar. Denn ein Diebstahl kann es ja aus den eben genannten Gründen nicht sein, da Rückführungswille besteht, damit kein Enteignungswille. Und dann müsste man eine andere Norm im StGB suchen. Und die gibt es nun mal für, ich sag mal, für das unbefugte Gebrauchen eines Schreibutensils oder ja, was auch immer ihr euch dort ausdenken könnt, die gibt es nicht. Und deswegen ist es straffrei. Aber beim Kfz und Fahrrädern ist es anders, denn da gibt es eine spezielle Norm und die schauen wir uns hier in dieser Vorlesung heute an. Es handelt sich bei § 248b nach Absatz 3 und ein absolutes Strafantagsdelikt. Also ohne Strafantag ist keine Verfolgung möglich. Ihr müsst also in der Praxis daran denken, einen Strafantrag in der entsprechenden Frist auch einzuholen. Der Verbrauch des Benzins im Tank sowie der Schmiermittel, das ist von § 248b StGB mit erfasst. Denn ansonsten hätte man ja doch irgendwie immer einen Diebstahl. Denn Aneignungsabsicht haben wir bezüglich des Benzins, denn es wird bestimmungsgemäß gebraucht. Und wir hätten auch einen Enteignungswillen, weil der Täter es ja billig in Kauf nimmt, dass der Eigentümer nicht mehr in den Besitz dieses Benzins kommt. Aber dann würde man ja nie zum § 248b kommen. Und deswegen ist das mit umfasst. Also der normale Verbrauch von Benzin und Schmiermitteln ist mit umfasst von § 248b und stellt somit keinen eigenständigen Diebstahl dar. Der Versuch ist laut Absatz 2 auch strafbar. Ich möchte noch einmal beginnen mit einem Exkurs zum Thema Zueignungsabsicht aus § 242 StGB, also dem Diebstahl. Die Zueignungsabsicht besteht ja aus zwei Komponenten, nämlich aus der Aneignungsabsicht und dem Enteignungswillen. Aneignungsabsicht könnten wir ja hier begründen beim bestimmungsgemäßen Gebrauch eines Fahrzeuges. Denn der Täter möchte das Fahrzeug bestimmungsgemäß gebrauchen und es reicht ja vorübergehend aus. Also er möchte bestimmungsgemäß das Fahrzeug als Fortbewegungsmittel vorübergehend gebrauchen. Problematisch ist allerdings der Enteignungswille. Denn dafür müsste der Täter ja den Berechtigten dauerhaft aus seiner wirtschaftlichen Position verdrängen wollen. Und genau das liegt eben nicht vor, wenn der Täter einen Rückführungswillen hat. Wir haben also bei Rückführungswillen keinen Enteignungswillen und damit fehlt ein Merkmal der Zueignungsabsicht und es kann kein Diebstahl mehr sein. Dies ist eben dann der Fall, wenn es sich um eine bloße Gebrauchsanmaßung handelt. Und wenn man eine solche bloße Gebrauchsanmaßung feststellt in seinem Sachverhalt, also man hat eine Aneignungsabsicht, aber keinen Enteignungswillen, dann muss man danach eben auf die Suche gehen. Wenn man den Diebstahl ablehnt, muss man auf die Suche gehen. Gibt es einen anderen Straftatbestand, der diese bloße Gebrauchsanmaßung unter Strafe stellt? Und da würden wir fündig werden bei 248b StGB. Denn kein Rückführungswille und damit Enteignungswille und damit auch gleich Diebstahl liegt vor, wenn der Täter damit rechnet und sich damit abfindet, dass der Berechtigte die Sache nicht zurückerhält. Also ihr müsst also prüfen, liegt mindestens Dolus Eventualis vor bezüglich dieser Enteignung und also dieser Enteignungswille. Wenn ihr das bejahen könnt, dann habt ihr keinen Rückführungswillen und damit kann kein 248b StGB mehr in Frage kommen. Rückführungswille bedeutet also das Zurückbringen in den Wirkungsbereich des Berechtigten. Man kann also davon ausgehen, dass Rückführungswille vorliegt, wenn der Täter das Fahrzeug bewusst an einer Stelle abstellt, wo es erfahrungsgemäß kurzfristig aufgefunden wird. Zum Beispiel unmittelbar in Tatortnähe oder vor einer Polizeidienststelle. Denn was wird die Polizei tun, wenn zum Beispiel ein aufgebrochenes Fahrzeug direkt vor der Dienststelle steht? Ja, sie wird den Eigentümer ermitteln und es ihm zurückbringen. Man kann also hier nicht mehr von billigender Inkaufnahme sprechen hinsichtlich dieser Enteignung. Also es liegt kein Enteignungswille vor, damit kein Diebstahl und somit müssen wir an 248b StGB denken. Die Rechtsprechung hat gesagt, dass Zueignungsabsicht, also auch Enteignungswille und Aneignungsabsicht, dass das vorliegt, wenn der Täter das Fahrzeug der beliebigen Nutzung dritter Preis gibt und es dem Zufall überlässt, ob der Eigentümer es zurückerhält oder nicht. Denn dann haben wir ja gerade diese billigende Inkaufnahme. Erinnert euch nochmal, was das bedeutet. Also für den Fall, dass es eintritt, dann ist es für den Täter in Ordnung. Und wenn er das Fahrzeug so abschließt, er vielleicht den Schlüssel stecken lässt, es nicht abschließt und dann noch irgendwo in einer einsamen Seitenstraße abstellt, in einem Waldgebiet, dann nimmt er mindestens billigend in Kauf, dass der Eigentümer es nicht mehr zurückerhält und dann haben wir Enteignungswillen, kein Rückführungswillen, dann wäre es ein Diebstahl eines Kraftfahrzeuges oder eines Fahrzeuges. Schauen wir uns mal das Tatobjekt an. Also Kraftfahrzeuge und Fahrräder. Kraftfahrzeug ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, deswegen muss man es näher definieren. Und diese Definition, die steht in Absatz 4 StGB. Ihr müsst sie also noch nicht einmal auswendig lernen, ihr müsst euch einfach nur in Absatz 4 diese Passage unterstreichen. Hierunter fallen übrigens auch Boote und Flugzeuge. Unterscheidet das bitte das, was ihr in Verkehrsrecht noch lernt, in § 1 Absatz 2 StVG. Da steht eine andere Definition als hier in 248b Absatz 4 und deswegen sind hier auch Boote und Flugzeuge erfasst. Nicht aber erfasst sind Züge und Straßenbahnen. Fahrrad ist kein unbestimmter Rechtsbegriff, Fahrrad ist einfach im allgemeinen Sprachgebrauch schon definiert und deswegen habe ich hier keine nähere Definition gefunden. Die Ingebrauchnahme, das ist die Tathandlung, eigentlich so eines der Kernelemente von 248b. Diese liegt vor, sobald der Täter beginnt, das Fahrzeug in einer eigenen Herrschaft als Fortbewegungsmittel zu benutzen. Das heißt, er setzt es in Gang oder hält es in Gang. Die Rechtsprechung hat gesagt, dass es nicht ausreicht, wenn man einfach nur den Motor anmacht. Aber wer im Leerlauf zum Beispiel eine abschüssige Straße herunterfährt, das reicht aus. Ganz wichtig für die polizeiliche Praxis. Das Fahrzeug muss als Beförderungsmittel genutzt werden. Es reicht also nicht aus, wenn man nur darin übernachtet. Also sich dort hinlegt und dort schläft. Das ist kein unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges, sondern vielleicht eine Sachbeschädigung. Das bitte merkt euch vor allem für die Praxis. Man muss sich dann noch überlegen, wer ist der Berechtigte? Das ist grundsätzlich natürlich der Eigentümer. Aber die Rechtsprechung hat gesagt, dass hier auch derjenige als Berechtigte anzusehen ist, der aus rechtlichen Gründen über das Fahrzeug verfügen darf. Also nicht nur der Eigentümer, sondern auch der Besitzer, der Mieter, der Chauffeur. Da müsst ihr also im Sachverhalt darauf achten, wer könnte hier berechtigter sein und das begründen. Gegen den Willen. Gegen den Willen ist ein Tatbestandsmerkmal. Und das liegt vor, wenn die Gebrauchsanmaßung erfolgt und weder die Nutzungserlaubnis ausdrücklich noch mutmaßlich erteilt wurde. Als objektives Tatbestandsmerkmal muss es auch wirklich vorliegen. Also liegt ein Einverständnis vor, dann entfällt dieser Tatbestand ohne Rücksicht darauf, ob der Täter das gewusst hatte. Letztlich kann man dann natürlich noch einen Versuch prüfen. Das schauen wir uns ja in späteren Modulen auch noch einmal an. Wer zum Beispiel also ein gemietetes Fahrzeug eigenmächtig viel länger benutzt, als es vereinbart war, der konnte zumindest gegen den Willen gehandelt haben. Man muss natürlich prüfen, wie weit ist die Zeitspanne, liegt überhaupt Vorsatz vor und so weiter. Aber man könnte mal daran denken. § 248b StGB ist ganz normal ein Vorsatzdelikt. Also denkt daran, mindestens dolus eventualis, denn der Gesetzestext fordert weder wissentlich noch absichtlich, also keine bestimmte dolusform, also dolus eventualis reicht aus und bezieht es wie immer auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale, also Fahrrad oder Kraftfahrzeug, bestimmungsgemäßes in Gebrauch nehmen oder noch gegen den Willen des Berechtigten. Schauen wir uns jetzt die Prüfung an, wie also das Aufbauschema aufgebaut ist. Zunächst, und das ist dasselbe wie bei der Unterschlagung, erinnert euch noch einmal daran, auch hier ist eine Subsidiaritätsklausel formuliert, also wenn nicht eine andere Vorschrift die Tat mit schwerer Strafe bedroht. Das steht so drin in § 248b Absatz 1 StGB. Wir beginnen also immer mit dem Diebstahl, prüfen solange bis der Diebstahl nicht mehr gegeben ist. In der Regel bei der Zueignungsabsicht, denn ihr lehnt ja den Enteignungswillen dann ab, wenn ihr ein § 248b habt, weil ihr begründet, es liegt ein Rückführungswille des Täters vor und dann geht ihr auf § 248b. Wenn ihr natürlich in eurer Prüfung dazu kommt, dass ein Enteignungswille vorliegt, dann prüft ihr den § 242 weiter. Also bitte habt in einer Klausur auch den Mut und schreibt das hin, was ihr auch erkennt. Rückführungswille ja, dann lehnt den Diebstahl ab und geht auf § 248b, Rückführungswille nein, dann habt ihr Enteignungswille und prüft einfach den § 242 StGB weiter. Und wenn ihr also den Rückführungswillen bejaht, dann geht ihr in § 248b weiter. Ihr schreibt also einen Überleitungssatz, dass nun § 248b geprüft wird und dort sieht der Tatbestand wie folgt aus. Objektiver Tatbestand besteht aus dem Tatobjekt, also im Fahrrad oder im Kraftfahrzeug. Kraftfahrzeug ist wie gesagt definiert in Absatz 4. Die Tathandlung ist das bestimmungsgemäß in Gebrauch nehmen. Das Ganze muss gegen den Willen und des Berechtigten erfolgen. Jetzt geht es ganz normal weiter mit dem subjektiven Tatbestand. Keinerlei Besonderheiten. Es kommt einfach der Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale. Das habt ihr auch schon öfter jetzt gehört von mir. Dann kommt Römich 2. Die Rechtswidrigkeit gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 5 StGB. Wie immer. Dann Römich 3. Die Schuld. Und jetzt eine Besonderheit. Bitte denkt auch an die Strafverfolgungsvoraussetzung. Denn wir hatten ja gesagt, es handelt sich gemäß Absatz 3 um ein absolutes Strafanpraxdelikt. Deswegen muss man hierzu etwas schreiben. Ja, vielen Dank. Das war auch schon die Vorlesung zum Thema unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges gemäß § 248b StGB. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr noch Fragen habt, kommt auf mich zu und wir besprechen das gerne noch.